Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Edge of Berseria. Schön, dass ihr wieder da seid, auch wenn die Story vorbei ist, es ist noch nicht vorbei mit dem Let's Play. Denn wir haben noch sehr viele Zeitaufgaben zu erfüllen, also es sind noch sehr viele Sachen offen, die wir noch machen müssen. Ich habe mir im Sprich nach informiert, was wir alles noch zu tun haben. Und es ist mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was wir noch machen müssen, wo wir da anfangen sollen mit der Suche. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt alles nacheinander durch. Felix werden wir uns erstmal aufheben, für später, weil da brauchen wir wahrscheinlich 70, 80 und das haben wir leider nicht als Level, um es mit ihm aufnehmen zu können. Dann noch zwei Sachen, kurz bevor wir loslegen. Die Mystic Arts, die ganzen Bosse aus dem Spiel sind jetzt aufgezeichnet, die sind jetzt alle da für die Mystic Arts Exhibition. Also das Video könnte kommen, so wie es erstmal aussieht. Jetzt fehlen aber nur noch die dritte Mystic Art, Adder Jaws. Und dafür müsste ich erstmal diesen Bonus Dungeon finden, der dafür notwendig ist. Und diese Link Mystic Arts, die es da noch gibt. Was war noch offen? Ja, wir müssen noch eine Frage aus dem Spiel noch beantworten. Warum wurde Eisen am Ende zum Drachen in Zestiria? Die Frage werden wir uns jetzt auch noch stellen müssen. Und ich hoffe, dass wir mit der ersten Nebenaufgabe gleich unsere Antwort bekommen. So ist er angeblich. Mal gucken. Schauen wir uns das mal an. Spielabschlussdaten. Laden. Na, schau auf, ob wir wieder zurück sind. Den behalten wir erstmal. Dann kann ich den jetzt überschreiben. Da ich ja es ja schon geschafft habe. Ich glaube, es ist immer irgendwie 57, okay. Ich würde sagen, Flasche nehmen. So, dann an Fährstraße zurück. Gut. Und zwar möchte ich mit euch erstmal mit der Katz da reden. Und zwar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Objekte? Machen wir es denn? Diesen Unerschärftes, das heißt, wir können jetzt einfach, wenn wir wollen. Interessant. Dann suchen wir mal den Laden. Ich habe das Gefühl, dass es dieser da unten ist. Jupp, ich glaube, das ist der Laden, den wir hier suchen. Und da müssen wir wohl hin. Von dem Blick, du hast bereits alles verkauft. Ich hatte vieles für Verlust. Eine große, große Verlust, aber die Kunden kamen in. Und haben wir über alles, was nicht festgestellt hat. Und hier sind wir. Eine Woche später und eine Sack von Gold. Komm jetzt, Konjurus. Keine Überraschung der Great Donella. Ich dachte, das könnte passieren. Also, ich setze etwas speziell. Und es ist ein reales Hoot, auch. Ein Buch, geschrieben in den Ärzten Averost. Und warum hast du diesen Buch? Für Jahre, die Abbey's been scooping up every scrap of paper mit Averost's Writings. Es scheint, dass sie eine Bühne haben, mit ihm zu spüren. Aber mischievolle Leute, wie ihr selbst, haben immer liebte, auf solche Verlusten Fruiten, ja? Wie viel ist es? Es ist dein. Freie, gratis. Ich habe gehört, die Räume. Wenn dieses Buch hilft, die Abbey zu spüren, dann ist das genug für mich. Also, wenn du sicher bist, ich nehme es. Natürlich! Ein weiteres Buch. Wir brauchen Grimoire's Hilfe, um es zu lesen. Ich hatte eine Chance, dass das vielleicht passieren könnte. Also, ich habe Grimoire mit mir gebracht. Wir machen das mit. Ja, Lehrerin. Wenn du diese Partie als Snira, dann bedeutet es, dass du soll. Aber wenn es ein Snick ist, dann bedeutet es, dass du nicht. Die andere Worte, die zu erinnern, ist, kre. Welche von diesen ersten zwei Liedern fühlen Sie richtig? Sound es aus. Hm. Kre-S-Nira-Kre-S-Nick. Kre-S-Nick. Kre-S-Nick fühlen Sie richtig, wie sie. Okay. Und Kre-S-Nick ist das? Ja. Das ist das, was es bedeutet. Das ist das, was du hast. Das ist das, was du hast. Aber wenn es das bedeutet, dann... Ja. Das ist ziemlich der wunderbare Buch, du hast. Hey. Du, du, mindst erklären, was so special ist, in der Weise die resten uns verstehen? Es ist Forschung über Drogons und Molochim. Written lange vor, von jemandem zu versuchen, wie ein Dragon zu ändern, um ein Moloch zu ändern. Sie können wieder geändert werden? Der Buch sagt uns, wie es sein kann? Der Buch hat nur records von Fähigkeiten, und die conclusie, dass es nicht möglich war. Aber etwas Interessantes ist geschrieben in der Körner hier. Unless der intacte Herz des White-Horned-Dragons ist konsumiert, ein Moloch's blessing wird immer wieder sein. Hm. Mit demützieren den Herz des White-Horned-Dragons, ein Moloch's blessing wird verloren. Sie sagen, dass dies eine Art Art von Fähigkeiten zu verbrechen? Wenn das Buch sagt, ist wahr, dann ja. Das bedeutet, dass ein Moloch einen Moloch zu essen würde, ein Moloch's Herz? Das ist ein bisschen schrecklich, sogar bei meinen Standards. Wait, war das etwas, was tatsächlich passiert während der Angelegenheit des Averostes? Der Buch sagt, dass während der Körner der Forschung... ...eine Molochim wurden herausgefunden, dass sie verbrechen, aber es ist nicht konklusive. Ich glaube, es gibt keine Art von Fähigkeiten, ohne dass wir es ein Schuss machen können. Sie wollen versuchen? Zabid! Was machst du hier? Eine schöne Frau im Markt sagte, was Sie waren. Ich glaube, Sie kennen auch die Blutwings, dann. Oh, Sie wissen. Die Frau einfach nicht aus einem guten Mann wie ich. Sie sind jung und alt. Sie lieben mich. Hm. Nicht eine Chance. Sie wissen nicht, wie Sie ein Schuss machen. Sie wissen, wie Sie ein Schuss machen, sind Sie? Na, ein paar Dinge sind nicht ein Schuss. Sie versuchen, sie zu töten? Und was, wenn ich sie tun? Sie werden nicht. Ich werde Sie stoppen. Auch wenn es bedeutet, dass Sie mich zu töten? Was ist mit Ihnen und zu töten alles? Vielleicht sind Sie ein bisschen zu viel Recepter für das ganze Reeper-Sache, hm? Nicht eine Frage mit einer anderen Frage. Ich habe Sie erst gefragt, Eisen. Ich werde das Schuss machen. Manchmal kann es die Schuss machen, die jemanden desperatlich braucht. Ich werde das Schuss machen. Ich werde das Schuss machen. Nicht sie nennen, Schuss, schau mal! Sie hat ein Name. Theodora. Ich habe nichts mehr zu sagen. Das ist Ihre letzte Begründung. Okay, also ist dieser Drache Theodora, verstehe. Und du siehst du mit dem? Nicht mich fragen. Na genau das kann ich nicht mit Magilu und Rokuro über das Thema sprechen. Das ist ein Verlust auf sie. Sie sind alles, ich habe. Hey, Aizen! Was? Du... Du wirklich will das Drache zu töten, um zu verabschieden? Ja, ich bin. Auch wissen, was sie bedeutet für Zavid? All die mehr Grund zu machen. All die mehr. Was meinst du? Ich habe mein Stück gesagt. Du kannst es selbst herausfinden. Ich weiß, wir werden jetzt reißen und... Unser nächstes Ziel wird Hella Wies. Warum Hella Wies? Das werdet ihr verstehen, wir müssen nämlich da hin. Denn die haben den Drachen gesehen zufällig. Kann ich schon so sagen. Aber das werde ich auch gleich selber erfahren. Und die werden uns genau sagen, wo wir hin sollen. Was? Du hörst? Ein weiteres Gruppen von Exorcisten wurde aus dem Whitehorn. Wieder? Aber sie haben die Praetor nach dem Zeitpunkt. Ist das wirklich so stark? Die Exorcisten hat es geschafft, ziemlich schlecht. Aber sie waren noch nicht verabschieden. zwischen diesem Drachen und dem Lord of Calamity? Was wird mit dem König? Wir müssen es zusammenhalten. Das Ding ist noch in der Geiberg Icefield, du weißt. Wenn das Schmerzt kommt. Wir müssen die öffentliche Sicherheit haben. Wir besser wissen, dass wir die Evacuierung wissen. Ja, Herr. Whitehorn. Sie müssen über Theodora sprechen. Ja. Wenn der Drachen so schlecht verabschiedet ist, dann ist meine Chance. Wir gehen nach Geiberg Icefield. Mit Leuten über den Drachen so viel zu sprechen, ich würde nicht über die Drachen über Zavid sein. Ja. Ja. Und wenn er und Aizen wieder hübschen. Ich glaube nicht, dass wir diese Zeit nicht beobachten können. Aizen sagte, dass er diesen Drachen würde, weil sie als Zavid wichtig ist. Und er sagte, dass zu töten wäre, um zu schützen. Was könnte er damit bedeuten? Okay. Da müssen wir jetzt den Drachen finden. Und ich weiß auch, wo wir uns suchen müssen. Also es ist nicht so, dass er nicht weiß, wo wir hin müssen. Na dann. Nehmen wir doch mal den Tobogang. So. Ich würde hier einmal speichern. Da wir jetzt dahin gehen. Ich sage euch, wir müssen nach... Hier hin. Oh, wir müssen woanders lang. Ich meinte, das war hier. Denn ich habe das bisschen auf der Karte mit aufgeschrieben, wo wir hin sollten. Komisch, dass meine Karte falsch liegt. Vielleicht habe ich auch falsch getriggert, weil ich ja direkt sink-teleportiert bin und nicht gelaufen bin. Ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal. Hm. Vielleicht denke ich es auch falsch. Könnte auch sein. Nein. Dass ich vielleicht die falsche... Die falsche... Die falsche Punkt aufgeschrieben habe. Die könnte alles bedeuten. Nicht, dass ich gerade vom falschen Punkt aus reingegangen bin. Naja. Meine... Die Möglichkeit ist doch mal zu probieren. Wo könnte... Der darf doch nur sein. Sie ist verletzt, so wie sie gesagt haben. Ist das wirklich wie Sie sagen, dass du deine Kürst? Ich bin nicht der Kürstel. Ich bin der Kürstel. Los geht's. Ich habe gesagt, das ist nicht passiert auf meiner Seite. Und wenn Sie mich verletzen? Ich bin der Kürstel. 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 Der Kürstel. Ich bin der Kürstel. Ich bin der Kürstel. Ich bin der Kürstel. Mann Perfekt Da packt er gleich die schweren Geschütze auf Das war so ein knappes Spiel Tausch aus Komm her Ich kriege ihn nicht dazu mal Die Seelen Jetzt kann ich wieder Ja So Lässt du mal Lauf in Ruhe Ne der checkt es Ne Komm her Na ja Das wird ein knabber Kampf Verdammt das wird knapp Fick dich Fick dich Das lass ich mir doch nicht bieten Halt Wenn du unbedingt auf die harte Tour willst Das können wir genauso anders regeln So Let's go Komm her Komm her Okay Dann spielen wir eben auf die harte Tour Verdammt Wir sind alle gelähmt So Jetzt kann ich wieder Ich komme nicht durch Ich komme nicht durch Ich komme nicht auf die harte Tour Ich kann mich auch direkt von Tangengriff über Da hat er mich Ich gebe dann hier auf Dann kann er lange warten Dann Komm her Ha ha Komm her Na komm her! Der habe ich nie beim Visier. Haaa! Dafür habe ich dich jetzt wenigstens abgefeuert. So... Mit Exil würde ich auf die Beine kommen, aber das Risiko ist mir zu hoch. Der zerwehtes Herder als ich dachte. Verdammt der Navia, kämpft es jetzt anders. Dramatisch! Na komm her! Komm her! Komm her! Haha! Ah! Da wollen wir doch hin! Komm! Wenn ich mich so bekämpfe, dann habe ich ihn doch locker im Sack. So, komm her! So, komm her! Ich muss noch keinen Trick reinschalten. Der ist jetzt ein bisschen gemein. So! Gib mir mal zwei Einheiten! Oh! 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 Komm her! Tschüss! Du komm her. Komm her. Eleanor, kannst du mal kurz ein bisschen Energie geben? Komm her. Mann. Das war scheiße. Plan ausdenken. Was haben wir denn? Wir haben ein Elixier. Irgendwas müssen wir uns jetzt einfallen lassen. So. Die Attacke ist nicht ausweichbar. So, scheiße. Wir haben mit Items angefangen, die wir gar nicht hatten. Das ist jetzt Mist. Hm. Wir werden auf jeden Fall sterben. Ich beleg mal gerade was, was wir jetzt machen können. Ich habe eine Idee, da es wahrscheinlich nichts bringt, weil wir keine High-Items haben oder so. Wir haben ja uns ja nicht eingekauft vorher. Ich würde den Partner erst jetzt beenden und einfach dort dann hier weitermachen, sobald ich wieder High-Items habe. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin und genießt das Ende von meinen beiden Chars. Und Emerald kommt schwohl. Bis zum nächsten Mal.